So, hallo liebe Zuschauer, heute noch eine kleine Runde Battlefield Eroberung, der alten Garten. Ja, mal sehen was noch geht und da wünsche ich schonmal viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. Sturmshäuser ab in Sichtweite. Da drüben ein berettender Feind. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel David erobert. Panzer gesichtet. Wir verlieren Einsatzziel David. Seht ihr ihn? Sturmsoldat! Ein feindlicher Tank! Wir haben ihn. Der Was ist das? Herr Blut, freitlicher Speer!